Hey, die haben mich so gestream sniped. Oh mega lol hat der mich gelasert. Ja, geil. Ich bin jetzt auch wieder am Start. Ich werde von hinten gelasert und hier vorne ist auch noch einer. Flugzeug kommt gleich vielleicht auch hier. Ich bin safe hier. Noch ein No-Scope. Bin noch jemand ein No-Scope? Du da? LOL! Okay. Jetzt habe ich gerade drei Leuten No-Scope gegeben. Also beim zweiten bin ich mir nicht sicher. Kann nur sagen, dass hier... ...Koi... ...denn... ...denn's geben. Ja, dann gewinne ich oder Raskolochi. Mit einem knappen... Naja... ...das tut ich mit dem No-Scope. Nee, keine E-Sport. Das gibt jetzt nicht so viele, aber es gibt halt viele, die man jetzt nicht so kennt. Weißt du? Ja, ich. Also Trickshot-Macher ja, ich zum Beispiel auch. Trimax. Trimax ist absolut der beste Spiel da im Fortnite. Ohne Scheiß, No-Scope technisches Ding und gar nicht so schlecht. Ah ja. Ah ja. Halt, Stopp. Hier ein... ...Guter. Ein V-Tail. Boah, da schaffst du gar nicht mehr hin. Mach ein Auge. Ja, die haben mich auch gerade abgeschossen. Er sagt nicht mal, wo die sind. Ja, Hundehütte. Ich bin auf dem Weg zu euch. Aber ich brauch ein bisschen noch. Zwei Vierundzwanziger jetzt. Fünfundzwanzig. Wo sind die anderen Mates von dir? Auf und dahinter. Oh, Junge, er mit seiner Scheißdiebe. Fakt mich jetzt schon mal. Trim jetzt. Wo ist mein No-Scope? Das sind alles gerade Gegner für mich. Die kleinen Lutscher. Was wollen die überhaupt von mir, Digga? Ich hatte nur einen Schuss. Der muss sitzen, ja? Der hat nicht gesessen. Schade. Das, das war's wieder komplett. Was hat das für ein Skin, Digga? Was hat das für ein Skin, Digga? Was hat das für ein Skin, Digga? Was hat das für ein Skin? Ey, das ist doch richtig komisch ein Skin. Ey, das ist doch richtig komisch ein Skin. Ey, der hat mich so gestream sniped. Retail. Er kam auch direkt zu mir. Warte, was ist denn einfach mal nur? Ey, das ist der richtige Akalyptowät. Warte, ich hab, ich hab, ich hab, was? Das ist nur der Akalyptowät. Ich hab richtig geschrieben. Wo, hier? Ja, und, ähm, Chat, Akalyptowät hat sie mal gerade getötet. Von euch. Echt? Nice. Oh Gott, wenn ich dich nicht irre, komplett richtig geschrieben. Dann warten wir ja.